Woran kannst du wachsen? Naja... Ich weiß nicht. Ähm... Scheiße. Wollen wir die blicken? Gut, fängst... Ähm, auf den... Ach, jetzt habe ich mit Irm gesagt, ne? Wieder... Ah, no, no, for me. No? Nochmal? Sorry. Kaffee. Mittagspause. Ich bin die Laura und ich bin auch dabei. Hallo, ich bin Kai. Ich bin Abteilungsleiter in der Personalfallung Feuerbach. Ich bin Stefan. Ich bin Gruppenleiter. Ich bin Eva. Und ich bin Nicole. Und wir sind HR Business Partnerinnen. Ich bin Laura. Und ich bin Katharina. Und wir sind Praktikantinnen. Am Kaffee. Je mehr davon, desto besser. Daran wachse ich. Habe bisher auch ganz gut funktioniert. An Gesprächen. Am Austausch. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Mit meinen Vorgesetzten. Und in meinen Fachbereichen. An den unterschiedlichen Wahrnehmungen auf bestimmte Situationen. An den Erkenntnissen, die jeder Einzelne damit einbringt. An den vielfältigen Aufgaben hier bei Bosch. Jeden Tag kommen neue Herausforderungen rein, die es zu bewältigen gilt. Und dadurch kann ich meine Kenntnisse verbessern und auch in den verschiedenen Bereichen stärken. Unter anderem am Feedback auch meiner Teammitglieder. Da bekomme ich unheimlich viel Input auch zu meinen persönlichen Lernfeldern. Und kann mich noch mehr auf meine Stärken konzentrieren. Auf den abwechslungsreichen Alltag. Dass es immer wieder was Neues gibt. Und auf die Erfolge, die wir zusammen feiern dürfen. Auf unsere Teamworkshops. Auf das harmonische Miteinander hier. Und darauf jeden Tag meine Kollegen wiederzusehen. Kaffee. Mittagspause. Kickern. Bereichsfrühstück. Geburtstagsbuchen. Und insgesamtes Miteinander. Vielfältig. Humorvoll. Hilfsbereit. Guter Zusammenhalt. Cool drauf. Einzigartig. Inspirierend. Anpassungsfähig. Kommunikativ. Unser Team ist wie eine bunte Truppe aus coolen Superhelden. Die zusammen versuchen mit Boschberg zu erobern. Bei uns hier findest du die besten Kaffeetrinker. Die besten Storyteller. Und an sich einfach die besten Kollegen und Kolleginnen. Wir arbeiten in einer super entspannten Arbeitsatmosphäre zusammen. In der es keine strenge Kleiderordnung gibt. Und auch keine langweiligen Meetings. Wir arbeiten in einer lockeren und offenen Umgebung. In der Kreativität und Zusammenarbeit seinen Platz finden. Wir sind wie eine eingeschworene Crew. Die sich gegenseitig motiviert und unterstützt. Wir sind Profis im Multitasking. Haben aber auch Zeit, um gegenseitig miteinander zu lachen. Die Arbeit ist wie ein Spiel. Nur mit Deadlines, Zielen und Pizza. Ja. 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 Ja.